Die Rückfahrkamera befindet sich in der Nähe der Leuchten und erleichtert ein- und Ausparkvorgänge. Sie wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert, filmt die Umgebung hinter dem Fahrzeug und zeigt sie auf der Multimedia-Anzeige an. Das Bild enthält Profilinien, die die Nähe zu Hindernissen durch einen Farbcode angeben. Rot gibt eine Entfernung von 30 cm zu ihrem Fahrzeug an, gelb eine Entfernung von 70 cm und grün eine Entfernung von 1,5 m. Schließlich wird Ihnen durch blaue Linien je nach Einschlag des Lenkrads die Fahrtrichtung Ihres Fahrzeugs angezeigt. Wählen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Rückfahrkamera das Menü Fahrzeugparameter Ihres Multimedia-Systems, dann Einparkhilfe und Ein oder Aus. Beachten Sie, dass Sie die Anzeigeparameter wie Helligkeit oder Kontrast direkt über das Kamerabild einstellen können, indem Sie hier drücken. Achten Sie darauf, dass die Kamera stets gewartet und gereinigt ist, um Ihre korrekte Funktion zu gewährleisten. Beachten Sie schließlich, dass diese Funktion eine zusätzliche Hilfe darstellt, die die Wachsamkeit des Fahrers nicht ersetzen kann. Da die Kamera keine vollständige Ansicht der Umgebung bietet, müssen Sie stets aufmerksam und vorsichtig bleiben, um unter optimalen Bedingungen ein- und auszuparken. Ich bin jetzt aufmerksam, dass die Kamera zu Dirigen wird. Vielen Dank.